Hallo zu diesem neuen Video. Wir sind heute auf einem Großevent und heute dreht sich alles um das Thema, wie filmt man einen coolen Imagefilm mit Emotionen. Und das zeigen wir euch in diesem Video und nehmen euch mit hinter die Kulissen. Los geht's! Wir filmen heute einen Imagefilm für den Catering Service Böhinghoff und wir wollen einen coolen Imagefilm machen. Nicht nur einfach, wo wir irgendwie relativ emotionslos deren Werken darstellen, weil heute dreht sich alles ums Essen und Essen ist Emotion pur. Das heißt, wir wollen natürlich coole Aufnahmen von dem Essen, was hier serviert wird, zeigen, aber wir wollen euch auch hinter die Kulissen mitnehmen, um zu zeigen, dass da wirklich die Post abgeht und vor allem, dass jeder Mitarbeiter des Unternehmens für seinen Job brennt. Und das ist, glaube ich, doch das, was in einem Imagefilm wichtig ist, dass es rüberkommt, die Leidenschaft bei der Arbeit, wo das Team dabei ist. Und das versuchen wir jetzt mal, mit ein paar Szenen einzufangen. Ich bin heute wieder nicht allein unterwegs. Ich habe heute wieder den Anthony dabei, der mich unterstützt und meine Objektive trägt. Hi Anthony! Hi Anthony! Während hier noch die Vorbereitungen für heute Abend getroffen werden, erklären wir euch mal ein bisschen das Equipment, was wir dabei haben. Wir filmen unter anderem heute mit einer DSLR Cam. Ich habe hier die Canon 1DX Mark II mit einem Ronin Gimbal. Wir haben aber noch weiteres Equipment dabei. Wir filmen zum Beispiel auch mit dem Smartphone oder der brandneuen DJI Action Osmo. Nein, DJI Osmo Action heißt es. Wir haben die großen Stative heute zu Hause gelassen, denn wir wollen heute mit einem bewegten Bild filmen. Klar, Bewegung ist Emotionen im Film. Kennt man aus jedem Kinofilm. Butterweiche Kamerafahrten. Und da eignet sich natürlich der DJI Ronin schon mal perfekt dafür. Um allerdings leichte, smoothen Fahrten auch mit einem DJI Ronin S zu filmen, muss man erstmal diverse Grundeinstellungen vornehmen. Wir haben mit einer App, die es hier passend dazu gibt, erstmal das ganze System ein bisschen konfiguriert. Und zwar haben wir alle Einstellungen auf Low beziehungsweise auf 1 runtergesetzt, so dass die Kamerafahrten nicht so hackelig sind und so mechanisch aussehen, sondern wirklich butterweich dann sind. Zunächst machen wir heute ein paar Aufnahmen im Zelt. Noch sind keine Gäste da. Das heißt, wir können mal das gigantische Festzelt von innen filmen. Und dazu verwenden wir natürlich ein Weitwinkelobjektiv. Ich habe hier die Canon 1DX Mark II. Ich filme hier mit 4K. Das heißt, ich habe einen Kropffaktor von 1,35 und dementsprechend brauche ich schon ein sehr weitwinkeliges Objektiv, damit es noch einigermaßen cool aussieht. Ich habe von Laowa ganz neu das 12mm Objektiv. Mit einem Faktor von 1,35 sind das dann so 16,2. Ich habe vorher nachgerechnet. Und dementsprechend habe ich noch ein richtig breites Bild damit. Ich könnte natürlich jetzt auch statt mit 4K mit 1080 filmen. Ich würde dann natürlich einiges an Bildqualität verlieren. Aber ich habe natürlich dadurch diesen Kropffaktor nicht und dadurch noch ein etwas weiteres Bild. Das müsst ihr entscheiden, ob euch 1080 reichen und ein noch weiteres Bild natürlich das Ergebnis ist oder ob ihr noch mit 4K filmen wollt. So, noch ist das Zelt leer. Keine Gäste da. Unsere Chance. Auf geht's. So, hier ist der Vorbereich und jetzt kommen wir ins große Festzelt. Das ist hier die Veranstaltung, wo heute Amtifirma Bögenhof für 500 Leute das Essen servieren darf. Das wird auf jeden Fall eine Action hinter den Kulissen. Spannend ist ja natürlich gleich der Bereich Backstage und deswegen schauen wir mal hinter den Kulissen, was da abgeht. Hier wird noch kräftig geprobt. So, hier hinten findet das eigentlich spannende statt. Hier werden die fertigen Essen vorbereitet und dann in einer perfekt ausgeklügelten Choreografie wird das Essen von den Köchern hier, von den Tischen hier aufgesammelt und dann vorne in den Zeltbereich gebracht. Wenn man hier hinten weitergeht, kommt man in die Küche. Hier herrscht eigentlich noch so relative Entspannung, aber jetzt sind ja auch noch zwei Stunden hin, bis hier gleich die Action losgeht. Ja, und hier werden die Kunstwerke dann hergerichtet. Und hier denke ich mal, haben wir gleich auch einiges zu filmen. Viel Suppe, große Suppe, riesen Schneebesen. Das ist das Gerät, was wir brauchen hier. Fangen wir mal an mit dem leeren Zelt. Das wollen wir doch mal hier gleich nutzen. So, jetzt wollen wir mal rein. Ich muss weiter weg. Damit wir später mit Zeitlupe filmen können, filmen wir jetzt mit 50 Bildern die Sekunde. Damit kann ich das später alles noch ein bisschen mit Slowmotion abspielen. Denn wir wissen ja, wir wollen ja mit Emotionen filmen und Slowmotion bedeutet Emotionen. Das Problem ist natürlich jetzt, ich komme aus einem hellen Zelt in einen dunklen Raum und dementsprechend ist es einfach viel zu dunkel. Deswegen werde ich das, glaube ich, mit zwei Schnitten machen müssen. So, jetzt habe ich mir das 50 Millimeter von Canon aufgeschnallt. Hat ein wunderschönes Bokeh. Und jetzt füllen wir die Häppchen, die es gleich geben wird hier. Und ja, das ist natürlich eines der Highlights schon mal vorab. Und die wollen wir jetzt mal hier in Szene setzen. Die sollen natürlich entsprechend lecker aussehen. Ich brauche mich gar nicht viel bewegen hier. Ich habe auch kaum Platz, mich hier zu bewegen. Lecker, lecker, lecker. Ich habe hier eine Blende von 2,2, also dementsprechend nur ein ganz kleiner Bereich, der hier scharf ist. So, wir wollen ja heute Emotionen filmen und dazu gehört natürlich auch der Gesichtsausdruck der Mitarbeiter. Ja, ich muss sagen, es ist gerade drin. Ich habe heute noch drei Stunden nachgehalten. Es wird ja auch schon besser aussehen. Lächeln und winken. Wir dürfen natürlich nicht nur lecker essen filmen, wir müssen natürlich auch probieren, wie es schmeckt. Und ich kann nur sagen, super. So, jetzt fülle ich mich mit dem Sigma Art Objektiv. Das Schöne ist, es ist ziemlich weitwinklig, es ist ein Zoom Objektiv. Und ich habe eine sehr große Lichtstärke, also perfekt. Ich habe den Ronin wieder schnell ausbalanciert und dann kann es auch schon weitergehen. Und die Spannung steigt langsam, merkt man hier richtig, gleich geht es los. Essen wird serviert, die Leute sind bereit. Mahlzeit! Ne, Emotionen filmen, deswegen immer nah ran. Unglaublich, 500 Vorspeisen. Überleg mal, wie viele hundert Leute im Hintergrund bei so einem Event schuften, damit das rauskommt, was da vorne zu sehen ist. Wir schauen mal, einmal kurz um die Ecke, kommt mal mit. Langsam wird es anstrengend. Die Party läuft. Der Vorteil ist ja tatsächlich, wer ein Chef die schweren Geräte hat, habe ich das interessanteste, einfachste Smartphone Equipment. Dementsprechend sehr azubifreundlich. Generell mal so ein paar Kleinigkeiten zum Bildcomposing. Also geht auf jeden Fall nah ran an eure Motive, die ihr filmt. Filmt nicht einfach wahllos in irgendwelche Menschenmassen rein. Klar, natürlich um zu zeigen, dass es halt voll ist in einem Saal. Aber geht auch nah ran an einzelne Details. Und gerade beim Imagefilm möchte man ja doch mal so ein bisschen so die Emotionen, die Gestik mit transportieren. Und deswegen ruhig Gesichter in Großaufnahme. Füllt euren Rahmen. Versucht eure Motive wirklich Bildschirm füllen, zu filmen. Das transportiert die Emotionen natürlich nochmal stärker. Also Gesichter und Köpfe ganz im Rahmen füllen. Nicht einfach nur wahllos auf eine Menschengruppe filmen, sondern wirklich ganz gezielt. Also versucht so einzelne Sachen herauszuarbeiten. Außerdem arbeitet mit Vordergründen. Das sorgt dafür, dass so ein bisschen das Bild so eine Tiefe bekommt. Also man sagt ja immer, alte Fotografenweisheit, Vordergrund macht Bild gesund. Und ich sehe schon, hier geht gerade die Action richtig los. Und deswegen arbeitet mit Vordergründen. Also versucht so ein bisschen vielleicht so hinter irgendwelchen Blumenbouquets hervorzufahren mit der Kamera. Ganz langsame Kamerafahrten sind ja sowieso das A und O bei emotionalen Filmen. Auf jeden Fall arbeitet mit verschiedenen Ebenen. Vordergründe optimalerweise auch noch ein Hintergrund, sodass zum Beispiel nur der mittlere Bereich scharf ist. Das macht euer Bild dreidimensional und das sieht dann einfach noch ein bisschen cooler aus. Hier ist gerade das mega Gewusel. Wir wissen gar nicht so richtig wohin, ne? Wir stehen immer im Weg irgendwie, ne? Ja, ein sicherer Fleck wäre eigentlich jetzt gerade ganz nett. Das passt echt schnell. Starlight Express. Yay! Ja, wir haben schon einige Stunden gefilmt und haben natürlich entsprechend viel Filmmaterial zusammen. Jetzt gilt es natürlich, das Ganze möglichst komprimiert zusammenzufassen, weil kein Mensch will einen Imagefilm sehen, der nachher zehn Minuten dauert. Das heißt, wir müssen also einen knackigen anderthalb oder zwei Minuten Imagefilm nachher drehen. Und das wird natürlich nochmal in der Postproduktion eine richtige Herausforderung werden. Aber ich glaube, wir haben schon echt cooles Material bis jetzt gesammelt. Und da werden wir sicherlich knackig was zusammenschneiden können. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mit hinter die Kulissen eines Catering-Services zu gehen und ja, da mal zu schauen, wie es da abgeht. Und vor allem natürlich ein paar Tipps und Tricks mitgenommen für eure Imagefilme, die ihr demnächst da wahrscheinlich selber drehen werdet. Die Sonne geht jetzt hier so langsam genau zwischen diesen Zelttürmchen unter. Und das ist natürlich immer ein schöner Effekt. Gleichzeitig nutze ich hier so mal so einen Busch hier vorne so ein bisschen als Vordergrund. Und ja, das Ganze lässt das Ganze noch ein bisschen episch aussehen. Passend zu dem Event, der hinter uns stattfindet. Wir haben jetzt schon Starlight Express gesehen. Wir haben hier eine Trommel-Kombo gesehen. Und ihr hört schon, die Stimmung ist immer noch bombastisch. Liegt es ja wahrscheinlich nur an dem leckeren Essen von Böhlen auf. Ich bin jetzt offen, hoch im Treek in Disney. Und ich bin jetzt noch klein. Ich bin jetzt etwas Collectibles im Plotten im TV-Kombo. Ich kann mich nicht mehr so lange aus. Aber ich muss nicht mehr, wenn ich nicht mehr so habe. Oh, ich muss nie alles ansehen. So, ich muss mal gerne sehen. Amen. 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 Endlich mal mit Chef auf einer Höhe. Du bist sogar noch ein Stück größer hier. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit, ne? Doch, nee! Das muss keiner wissen, das geht schon. Stimmt, so können wir moderieren demnächst, ne? So sieht man aus, wenn ich auf den Kopf sprungen kann. Boah, jemand, so ein Kasten Wasser da war, dann passt das. Ja! Wie ist die Luft da unten?